Die drei Gebote guter Kommunikation. Wow, was für ein Titel! Und das ist dir wichtig, da freue ich mich sehr, dass du jetzt eingeschaltet hast. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Genial Reden. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und wie immer geht es hier um Rhetorik, Kommunikation und wie wir besser mit anderen Menschen reden. Und eine gute Kommunikation ist einfach etwas, wo beide Gesprächspartner glücklich aus der Situation rausgehen. Und zwar glücklich im Sinne von, ich gehe besser aus der Situation raus, als ich reingekommen bin. Das kann auch ein schwieriges Gespräch sein. Das kann auch ein Gespräch sein, wo du sagst, wow, muss das wirklich sein? Aber wenn du rausgehst, sagst du, boah, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wow, das musste mal raus. Und genau darum geht es. Oh, die drei Gebote guter Kommunikation, das ist kein Hexenwerk. Da geht es darum, dass du dich an diese drei Gebote hältst und sofort merken würdest, wow, das ist ja wirklich besser. Mensch, mit meinem Gesprächspartner, meiner Gesprächspartnerin, das lief ja richtig gut. Und lass uns mal darauf eingehen, was die drei Gebote sind. Erstens, halte einen guten Blickkontakt. Ich schaue jetzt hier in die Kamera. Ich schaue jetzt hier in die Kameralinse, sodass du am Bildschirm merkst, oh, der guckt mich ja an, sie guckt mich ja an, also ich jetzt näher, aber du weißt, was ich meine. Jetzt gucke ich mal und schaue, wie ich auf mich gucke. Jetzt gucke ich mich im Monitor an, jetzt schaue ich dich an, jetzt schaue ich hier in die Linse. Und du wirst merken, ja, das ist was anderes. Ich gehe nochmal rüber, ich komme nochmal hin. Und stell dir mal vor, du hast einen Gesprächspartner, der dann immer so redet und überhaupt nicht weiß, worum es geht. Das ist respektlos. Respekt heißt doch nichts anderes als, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. René Bourbonus hat es gerade so richtig schön gesagt, das fand ich wieder mal großartig. Durch Blickkontakt, ich verleihe dir Ansehen. Und da steckt es doch im Wort drin. Ich sehe dich an, nur so kann ich Ansehen verleihen. Ich fand es so großartig, musste ich schon gleich mehrfach anhören. Aber das ist doch spannend. Wenn du andere Menschen ansiehst, verleihst du ihnen Ansehen und dann bist du auch komplett da. Du gibst Respekt und vor allem, und jetzt Achtung, du erkennst sofort dein Feedback. Wenn du in einem Gespräch drin bist und du schaust die andere Person an, dann siehst du doch, was passiert da im Gesicht. Ja, was auch immer, da passiert was und du kannst sofort reagieren. Du kannst sofort sagen, oh, an der Stelle, ich habe hier den Eindruck, für dich passt das und das nicht. Oder, wow, ich habe das Gefühl, für dich ist das wunderbar. Ja, rede doch einfach. Du kannst durch einen guten Blickkontakt wunderbar erkennen, hey, was passiert da gerade. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. So, das Nächste ist, wenn du jemanden gut anschaust, musst du auch gut zuhören. Übrigens, ich verlinke dir die Videos hier, ja, das Video Blickkontakt kriegst du verlinkt. Ich verlinke dir das Video Zuhören, denn es ist so entscheidend, dass du gut zuhörst. Warum ist das entscheidend? Es gibt die Stufen des Zuhörens. Und wenn du jetzt sagst, ach, ich weiß ja, was du meinst, naja, du, dann unterbrichst du die Person. Und du sagst doch, ich habe etwas verstanden, aber du weißt nicht, ob das das ist, was die andere Person auch sagen will. Deswegen höre aktiv zu, schreibe mit, versuche in die Person einzufühlen. Wenn du gut zuhörst, wirst du ein viel besserer Gesprächspartner sein. Und deine Kommunikation wird um einiges stärker, um einiges besser sein. Aber dafür musst du respektvoll hinsehen und zuhören. Und wenn dir das gelingt und ich verspreche es dir, wirst du merken, wow, das habe ich vorher nicht wahrgenommen. Aber jetzt, an der Stelle, Daumen hoch, richtig gut. Damit dir die ersten beiden Schritte auch wirklich gelingen, musst du noch eins machen und das ist Tipp 3. Trenne die Person und die Sache. Trenne die Person und die Sache, damit du das nicht vermischst, das ist klar, wenn es getrennt ist, ja. Aber wenn du das vermischst, ja, wenn du hast und so weiter und so fort, nein. Die Person ist absolut in Ordnung, so wie sie ist. Aber in der Sache wird hart diskutiert. Zur Person war ich in der Sache hart. Wir können über Sachen, über Geschehnisse, können wir hart diskutieren, aber die Person bleibt immer unangefochten. Die Person ist in Ordnung, wie sie ist. Da gehen wir nicht ran. Deswegen achte drauf, wenn du mit Personen redest, in der Sache hart, zur Person weich. So, und das sind aus meiner Sicht die drei Gebote, damit du richtig gut kommunizieren kannst. Fassen wir es kurz zusammen. Der Blickkontakt, den hältst du. Du hörst richtig gut zu, damit du gut reagieren und antworten kannst. Und das Dritte ist, die Person bleibt und die Sache kannst du hart diskutieren. Wenn du der Meinung bist, dazu willst du mehr, dann abonniere jetzt den Kanal. Drück gerne den Daumen hoch, sodass noch mehr dieses Ergebnis, dieses Video bekommen und damit ihre Kommunikation verbessern. Mein Name ist Martin Rettmer, das ist der Kanal Genial Reden und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann.